Herzlich Willkommen hier mit das World of Things, so muss es im Studio sein, ne? Heute spielen wir mit Bruce und Buggy, wir spielen die Konk, der neuner Britte, ist sehr guter Panzer, let's go into the action! Eine super Runde, muss ich sagen, mit perfekten Teamplay. Wer möchte ein paar Worte zum Konk sagen, wer kennt sich aus von euch Bots? Ja, ich hab noch nicht so lange, wenn ich in den Publikum einiges dazu war. Also, Scooter Hold Down, äh... Britta... Was? Was? Ich war jetzt verwirrt, darf ich das sagen oder nicht? Nein, nein, er hat einen geilen Turm, aber ihr müsst immer aufpassen auf den Cupola, es overmatcht euch viel. Wenn ihr im Facehack seid, immer ein bisschen rumwaggeln, ne? Aber die DBM und die Kanone ist echt geil! Ist wirklich geil, ja, tut mir leid, wenn wir das so sagen. Lassen wir uns von der Arti verlaschen oder wo? Ja, ja, ja. Naschen, laschen, laschen. Mir egal. Ich sehe die Sidescrapen, das ist nicht so gut mit dem. Ja, richtig. Das kannst du vergessen, dafür ist der Transport vorne. Oh, Mensch, mein Arm, aber die geneigten Zuschauer meines Kanals wissen, dass man bei den Briten aufpassen muss. Ich fahre ihn zum Beispiel, wie ihr seht hier, mit kleinem Repkit und großem Repkit, weil euch knallt immer irgendjemand was raus an dem Ding. Meistens das Munitionsleiter. Ja, jedes Mal. Ich würde aber erst empfehlen, mit zwei Repkits den zu fahren, wenn ihr den Feuerskill relativ weit habt. Sonst würde ich den da lassen. Obwohl er hat, glaube ich, einmal gebrannt in zwei Jahren, also. Holy shit. Die Gun ist eigentlich gut. Na, next. Oh, diese Judeldinger. Ich hasse sie. Oh, es hat noch gar keine Gunmark, sehe ich gerade. Nein, hat er noch keine Gunmark? Ich habe ja das Ganze gepägt. Äh, 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 auswählen. Das sind noch gar keine Gunmark. Geil. Und das wirklich geile an diesem Panzer ist, die Snap-Shots sitzen normalerweise. Das ist der Grund, warum ich den behalten habe. Yepy, 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 yepy. Ah, ich hab den Rats beschädigt. Jaja, komm, oder... Dann muss ich jetzt wieder auf, pustet ein Ding hier, du Banause. Ja, der kann mich super blasen, wenn da so ein Ding fährt. Nein, komm, das ist nur 1A, der Bläser ist da. Seht ihr den Centurion? Ja. Oh. Ich bin bereit für die Art. Centurion steht. Ich bin bereit für die Art. Seht ihr mal was, der Bounce tie-down? Okay. Die Art nicht. Wenn die Art nicht treffen möchte, zieht sie dich. Das ist geil. Ich bin, was steht, das Gameplay. Oh, von rechts ist Sheridan. Wenn ich dann mal aufkehre, wenn er schießt. Ja, weil er jetzt nicht okay ist. Nee, nee. Oh, scheiße. Nicht so ein Blödsinn. Oh, Arti. Arti, Arti. Weißt du, generell, Arti-Spieler sind für mich die Proos in dem Spiel. Die wissen nicht so aus. Also, die beherrschen das auch einfach mal. Jetzt der Fahrerweg-Unterricht, Schütze, aber ich habe ja noch zwei Mannschaftsmitglieder. Wenn die weg sind, dann ist super. Ja, so ist es im Kong. Er ist sehr, sehr anfällig. Ohne Arti und eine Hull-Down-Karte. Perfekt. Links, 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 links. Du bist Arti-Fokus-Nummero-Eins. Gut. Das ist das Team-Mate. Der Kiel sagt sofort Bescheid, wenn es irgendwo brennt. Links, 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 links. Obwohl er Deutscher ist, schreit er nicht rechts, 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 rechts. Nein, genau. Obwohl er Deutscher ist, immer links, 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 links. Hoch anrechnen. Oh, ich habe noch einen Mannschaftsmitglied gepostet. Gib dir doch einmal Mühe hier. Mein Gott. Das sind Team-Mates. Leute, das ist normal. Darum schaltet ihr auch ein. Ich weiß es. Ich habe nur von Arti gekriegt. Normal kann jeder. Ich habe nur von Arti gekriegt. Ja, ja, ja. Guck, wir bleiben hinten. Das ist einmal von Chariton halt, ne? Oh, Mann. Fässig. Ich denke auch, Arti ist absolut balance. Nur drei Mannschaftsmitglied verloren von vier. Und das auch nur, weil ich einen repariert habe. Oh, da geht es los. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Und der Kommandant ist tot. Wir haben es aber gewusst, dass wir wollten es ja. Aber wir sehen direkt den Vorteil, den großen Vorteil von Tronk. Er ist 0,0 anfällig für die Arti. Das Problem ist, ich treffe hier wirklich keinen Schuss gerade. Und ich lobe den gerade noch so. Ja, wir müssen sie eigentlich kommen lassen, statt vorzunehmen. Ja, komm, lasst sie kommen. Jetzt ist es eh zu spät. Wir müssen zugehen, weil sonst... Dem Objekt können wir nicht mehr helfen, aber wir müssen hier Highdown bleiben. Ja, Highdown am Anfang. Oh, Mann. Das macht mich gerade so an der AMX. Komm, Baby. Da ist was vor Ort. Komm, ne? Oh, ne, Fock, Ding. Fock hat schon mal gekriegt. Jetzt wird es heiß. Jetzt wird es heiß, Leute. Holt euch die Chips-Tüte. Jetzt geht es ab. Links, du links, ich rechts, okay? Ja, aber der rechts ist One-Shot. Wir müssen den One-Shot rausbumsen. Viele One-Shot vorbei. Links! Ja, links kommt er nicht. Doch, links. Natürlich kommt er. Ich habe ihn nur geschafft. Also guckst du auf den WZ. Nein, das hat er nicht. Oh, der jagt. Ich gucke auf den WZ. Und ich habe auch Glück. So, du Lutscher. Scheiße. Ja, viel. Und neue Aufnahmen. Tschüss. Ich habe sie nicht mal angekratzt. Also ich habe so gut wie keinen Schaden, aber es sind 1.600 Ports. Ich mache alles richtig. Okay, der Jagdtiger, der arbeitet hinter uns. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Willst du mal piken, ob da noch was ist? Ich pique mal kurz. Aber nicht erschreckt. Ich guck mal unseren Arsch an, weil ich glaube, der EBR ist ein ganz schlauer. Das ist ein Ratspanzer, das denke ich nicht. Ja, ja, das ist ein ganz schlauer. Nee, komm, wir mal ein Base-Dev. Du meinst, der ist noch schlauer als die ganzen Harti-Spiele? Ich guck mal kurz. Ja, ist nix mehr. Oh, der Arm-X muss noch... Ich bin offen! Nein! Oh, das wird jetzt brutal. Arty, Arty, in drei. Oh, ein Arty. Und die zweite penetriert dich bitte für 1000. Das kann sogar glatt passieren. Yep. Oh nein, die wollen uns nur spotten. Jetzt sind wir tot. Die Arty lebt noch, ne? Ja, natürlich zwei Arty sogar noch. Und das ist es ja, was ich möchte. Bis zum Kinn. Jawohl. Das ist toll. Einmal, genau. Dafür will ich nicht warten. Dafür hab ich jetzt sogar den Spot gekriegt. Du wollt mich verarschen. Wenn er euch wundert, dass ich meine volle Fahrt immer plötzlich abbreche, das ist nur wegen der Arty. Raus mit dem! Raus, 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 raus! Ja, ich hab das schon reingeschossen, der kann ich nicht machen. Ich nehm jetzt raus, wenn du Bock hast. Beide Sekunden. Ja, oder du. Ja, du musst den jetzt gehen raus. Jo. Seht ihr, ich breche immer die Fahrt ab und fahr wieder rückwärts, wieder vorwärts und dann werde ich am Schluss doch rausgenommen. Oh ja, welche haben dich raus? Nein, ich hab 17! Achso, das geht ja gar nicht. Oh! Hohohoho! Ich finde, die Arty erhöht einfach den Spaß. Ja, gell? Also, Leute, das ist World of Tanks, ne? Das ist World of Tanks, installiert es nicht. Tut es nicht! Nein, tut es nicht! Vor allem die geile Runde haben wir nicht aufgenommen, gell? Ja. Du hast hier doch in den Replays drin, es sei denn, du hast nur das jeweils letzte gespeichert, dann ist es jetzt weg. Ich bleib hier vorne, falls das Sheridan kommt, okay? Ich hab schon gespeichert, ich brauche ein Panzer, ist aber trotzdem. Gell, wollen wir nicht mal zusammen hier irgendwo und... Ja, wir sind noch zusammen. Einer guckt vor, einer zurück. Oh, der ist noch voller B, da ist die. Komm, den kann ich sogar bewichsen, ohne dass er nicht... Ja, ich save nur deinen Arsch, weil der Sheridan gleich von hinten kommt. Ich riech das. Oh, geil, oder? Ich riech das. Oh, Sheridan. Oh, da ist er! Der kommt doch nicht. Das ist ein Intimgeruch von Sheridan. Halt doch mal... Halt dich zurück. Eh. Er hat schon angefangen, der Fuchs. Oh, Fuchs. War geil. Es war nicht schlecht, aber es war... Es war einfach... Prickelend also. Prickelend also? Also kein stilles Mineral, sondern Prickelend. Es war schon so, ja. Sprudelig. Sprudelig, spritzig also. Ja. Ja, toll. Die Art, die hat so ein schönes Fest heute, ne? Das war uns aber vorher klar. Was wollen wir denn machen sonst? Oh, das hätte auch schlimmer kommen können. Das hätte auch drei abschissen. Ja, das kann dich in Jodelprinz rausnehmen am Schluss. Ich bin überlegen, absichtlich pervers zu reden, dass die Aufnahme verworfen wird. Ach, du, das nächste Spiel ist gut. Ja, ja, ja. Kneif dir ins Bein. Ja, ich muss sonst wo hin. Ich bin mir da knackig. 2.000, ne, das geht. Gut. Ich hab weniger. Der Fehler war, dass unsere Panzer sich gewastet haben da vorne. Du fährst mit zwei Artie nicht so vor. So wie ich zum Beispiel, ne? Warst du dabei bei der Truppe, ja? Ja, ja, voll. Hm. Ist doch nicht lange für dabei. Haben wir vielleicht sogar geguckt, dass Budi die bessere WN8 hat. Haben wir zuerst von den drei Kongs rausgenommen, das kann auch sein. Ich hab wohl gar nicht die bessere WN8, oder? Die gesamte WN8 auf jeden Fall. Da bist du gerade schon. Machen wir noch eine Runde, Kong? Interessiert mich die WN8, ein Scheißdreck. Komm mal rein. Ja, vielleicht nicht. Ich bin ja schon ein Artie-Spieler. Ja, da werde ich halt be- Punkti, Punkti, Punkti von denen. Was soll ich machen? Du kriegst eine Panzerbelohnung Stufe 3, wenn du gut bist. Ja, ja, ja. Aber jetzt, jetzt rassieren wir ja. Ja, wir hatten einen spitzen Team, Freunde. Ja, ja. Okay, du, jetzt mal ENSK oder so. Ja, bitte. Okay, okay, okay. Post, darf ich nicht der Führer sein, in dem Zug? Keine Ahnung, wo du bist. Du bist in der Mitte zwischen uns. Ja, weil ich hab ENSK ausgeschlossen, zum Beispiel. Ja, gut. So, Ladies and Gentlemen. Auf dieser Karte können wir entweder in die Stadt fahren und sidescrapen oder campen. Wir campen. Wir campen hier. Ja, genau. Ne, ehrlich jetzt, das hab ich heute schon mal gemacht. Ja, wir könnten dann, wir könnten sie erst campen und dann Druck machen. Ne, wir könnten in die Stadt, guck mal. Doch, 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 doch. Wie Mausakrobat hat gesagt, man kann von dieser Seite hier durch drücken. Ja, aber nicht mit dem Koron. Schau, ich will DDs mitspielen, sicher nicht, ne? Wir können in die Stadt. Wir können sie alle penetrieren, außer dem Jagdpanzer. Was wollen wir denn jetzt in der Stadt? Wir können mit dem Ding nicht sidescraten. Ja, aber wie. E75 kriegen wir raus. T10 kriegen wir raus. Und den Löwen auch, ne? Bruce, wer hat die Gunmark auf dem Kong? Ja, ja. Verlass dich mal auf uns, okay? Wir wissen, was wir tun. Oh, Gott. Gell? Guck mal, ui. Ui, kann ich hoch gucken, guck mal. Ich hab die Nase ganz hoch. Ja. Komm. Scheiße, das war Gold. Oh, Idiot. Ich wusste, dass du einmal Gold hast, doch ist es getötet. Wir müssen es carryen, wir sind zu dritt. Ah, der T30 kommt auch noch mit. Der ganze oder der halbe? Das reimt sich sogar, wir müssen es carryen, wir sind zu dritt. Na gut, ich mach was auch, ich spritze hin. Okay. Okay. Wenn ich mich selbst aufmache. Hm, Hallöchen. Wixen. Geh mal weg da. Weiter auf, Rallt. Kriegen die Penner nicht aus? Ne, ne? Okay, der Sidescraping funktioniert, wenn man die richtige Einstellung hat. Doch, die kriegen mich auf. Weil ich... Jetzt habt ihr mal das klassische Beispiel gesehen, wie der Mitspieler den eigenen Schuss blockieren kann. Ja, das sind die Besten. Ich hab ihn gekettet. Vielleicht wollt ihr mal reinsch... Oh, da ist ein Jagd da hinter. Ich kann da gar nicht hinwirken, wo's du da geschießt. Ja, aber guck mal, wo du stehst. Hier. Oh nein, haben wir wieder Clicker oder was? Achtung, jagt dein Hund, der steht da hinten. Ja, ja, ich hab's... Wir haben echt viele Tausende da. Ach, komm ey, dann nimm sie dir doch. Fahr doch vor. Hol sie dir, Tiger. Ja, wir glauben an dich. Ich würde eher vorschlagen, wir lassen sie kommen. Okay. Während der kommen dann wir. Ach, sie drücken links. Ja. Oh, warte. Wir lassen sie kommen, was macht der Boogie? Er fahrt vor. Nee, war nur der E4, war nicht viel. Nein, ich bin abgeprallt. Oh Gott. TVP? Ja, von dem bin ich abgeprallt. Oh, der will dich klicken, der lass ihn kommen. Ah, sie hat. Ich wollte mir das lassen. Oh, ein Stück TVP, da hätte ich jetzt Lust drauf. Ganz ehrlich. Ich hab vollkommen Spaghetti-Bolognese. Hi. Ich hab noch Kaffee gegessen. Der Trade, den hab ich gern gemacht. Ich nicht. Oh, du hast nur noch 134. Ja. Ja, der Boogie leckt sich mit allem gleichzeitig an. Boogie will einfach zu viel. Oh, da links. Hui. 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 Ich möchte wissen, wo der Jagd ist, jetzt. User in Ihrem Channel, timed out. Oh Gott. Oh, E4 geschossen. Oder ja. Ich hab ne Idee. Weiß ich für dich. Danke. Oh, E75. Ja, ich seh's gerade. Ah, ich krieg ein Schüsschen drauf, oder? Ich hab'n gecheckt. Mehr auf nicht. Hi. Sehr schön. Huch. Bin offen. Pascal, bist du da? Pascal ist offline. Ich denk' grad, so blöd kann man doch nicht dastehen. Ja. Guck, wie er dasteht. Huch. 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 Kurz mal Wimpern. Äh. Huch. Okay, jetzt wollen sie bestimmt Druck machen, weil sie mir sehen, die Seite... Ah, da kommt der E4. Versuch ihn zu tracken. Äh. Ah, okay. Scheiße, ich versuch's. Ja, aber ich hab mir erst mal 1.000... Ne, 951 vom Jagd E gefangen. Ich denk', das geht in Ordnung. Ja, ich krieg's gangbang mäßig. Ja, und du musst nur jetzt mit Leben killen. Das ist halt so, ne? Ah, jetzt sind sie tot. Jetzt haben sie das Beste versucht, noch rauszuholen. Und Damage, das ist normal. Aber jetzt werden sie kläglich verrecken. Ja, Gott, vielleicht. Vielleicht auch nicht, oder? Hm. Ich glaube schon. Getrackt, den Wichser. Oh, Ficker, nimm mich. User was moved to your channel. Ja. Was war denn? Was sind sie mit, was denn sonst? Wir haben gewonnen. Die österreichische Bambusleitung halt, ne? Ja, so ist es. Wo ist der nächste mit dem Fübersitz, ganz sicher? Ja, er hat gewartet, bis ich draufgegangen bin. Hat in der Zeit so ein Damage gemacht. Und... Das klingt so typisch. Äh. Jetzt rage ich gleich. Sorry, Kittel. Na, ist schon okay. Ich hoffe. Jetzt kriegt er seine gerechte Strafe. Nein, fittig! Ah, lalala, lalala! Balula-bam-bam. Himmel. Balula-bam-bam. Ja, ja. Ey, unser Team kommt auch schon an. Hallo, Freunde! Wir wollen... Die ganze Aufnahme wegschmeißen. Komischen Mäts da. Ei, ei, ei. So, jetzt kriegen wir noch eine dritte Runde zustande. Das war schön. Jo, jetzt haben wir gezeigt, wie es aussieht in der Stadt mit dem Kong. Ja, 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 ja. Gerade mit Disconnect. Oh, ja. Top Internet, top Skill, wenn alles aufeinander kommt. Top Teamplay. Oh, Gott. Das ist immer so, sobald man den Aufnahmeknopf drückt. Ja, ja, ist immer. Ich habe im Mords die 7.000 oder 8.000, Runden und dann... Ja, ja, wir alle, gell? Wir haben 10.000, jedes Mal, jedes Mal. Ja, ja. Ah, Leute, ich muss noch mal spoilern. Ich werde die nächsten Tage ein Video rausbringen. Und zwar gibt es ein großes 50-Abonnenten-Special. Wir sind jetzt schon fast auf 55 Abonnenten. Ich muss nur verraten, das ist damals ein Bein. Das ist groß. Und zwar verlose ich Bruce für einen Abend. Ja, Gott, ich gebe mir mehr. Im Hasenkostüm? Nein. Nein. Und zwar mit rosa Rüche. Also, die Tage kommt noch was raus. Es gibt eine, wie sagt man dazu? Einen Preisausschreiben? Eine Lotterie? Eine, ne? Und da werde ich euch eine ganz schwere Frage zu einem Panzer stellen. Und da möchte ich bitte die Antwort in den Kommentaren. Und dann werde ich bei Zufallsgenerator den Gewinner auswählen. Und der darf sich dann freuen. Der Preis wird dann noch bekannt gegeben. Kannst du mal in den Schrecken gucken? Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ihr gewinnt. Da spielen euch maximal drei Leute mit. Also, wenn es irgendwo eine Chance gibt, was zu gewinnen, dann hier auf meinem Kanal. Also, abonniert ihn und schaltet dann wieder ein. Aber die Finger weg vom Glücksspiel nicht so hoch. Ja, dann ist das selbstverständlich. Das ist nur ein Giveaway an meine Abonnenten. Ich habe euch alle lieb. Ihr seid die tollste Community auf YouTube. Oh Gott, das ist meine ich. bei Community-Menschen. Grüße gehen raus an Buggy, an Martin, an Harald, an Gerd, an Gerd. Naja, also, ihr könnt meine Videos, ihr könnt gerne meine Videos teilen und allen euren Freunden erzählen. Hier gibt es was zu gewinnen, die Tage. Sie können gerne abonnieren und mal reinschauen. So. Genug geschleimt. Ja, sollte reißen. Und teilt das Video. Ich fahre scheiße und ich habe mega Rucker die ganze Zeit. Ja, was ist Leute los in Österreich? Habt ihr irgendwie einen Asteroideneinschlag? Nee, Stürmisch und Sonne. Ah, Sonnensturm. Okay. Also, wir wollen so separat. Ah ja, können wir ja dann gleich nach, dann klären mit Eric. BBC, BBC, separat. Okay. Dann Buggi erklärt noch mal, wofür BBC steht. Lieber nicht. Wo ist nicht die Daumen? Oh, da kommt alles, Freunde. Seht ihr die roten Punkte? Könnt ihr die roten Punkte sehen? Ja? Alter, viel. Aber die meisten wissen, was BBC heißt. Oh, oh. Ich weiß keine andere davon. Der Augenarzt würde jetzt sagen, sehr kritisch. Ja, gut. Ich habe nur mit deinem Altblatt hier. Meinst du? Die meisten fahren unten rum, oder? BBR! Oh! Diese Tränen. Nee, nur die Dicken. Diese Jodeljochens, die gehen mir. Gottes Willen, diese Rockler, die sind sowas von geil, ja, oder? Ja, schön. Ja, ja. Kannst du richtig, was fokussen wir jetzt? Können wir was fokussen? Wollen wir was fokussen? Ne, 75 vielleicht. Hm, ich habe ein 4-30-Johren-Reingedrückt. Oh, es ist nicht ein Spielbass, ja? Was haben wir? 2-Arthys. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Es ist ein 2-Arthys. Könnte... Ich weiß, was heißt da immer. M103 peaked. Boah, den M103 kannst du einfach mit Gold durch den Turm gehen. Der Kampfwagen guckt zu mir, wir könnten den E-75 mal rausnehmen. Kann man den Turm nicht zur Seite drehen, dann kriege ich auch die Schnauze. Aber ich muss mal weiter zu dir kommen. Ja, pass aber auf, der Kampfwagen guckt zu uns. Ah, der 75er kommt. Ja, hat zwar einer gekriegt. Er ist getrackt, kann es schon rausnehmen. Sehr schön, das ist Team-Trail, sehr schön. Kampfwagen hat sich verzogen. Der Panzer-Kampfwagen gestritten, der da. Hinterm Fels. Ja, hab ich... Warte, er guckt rüber zum 430-Johren-Reingedrückt. Er guckt rüber zum 430-Johren-Reingedrückt. Fahr mal, komm. Ja, ja. Au. Okay, er hat geschossen, er hat geschossen. Und er hat eine scheiß DPM, gib ihm. Nicht durch. Alles klar. Okay, komm, wir ficken. Äh, wir sind fröhlich. Wir sind fröhlich. Ja, wir sind... Warte, jetzt können wir von links kriegen. Ja, das ist aber gut. Okay, Baby, wir fahren links, komm, Baby. Ja, wir fahren links. Oh Gott, ich bin so nervös. Oh, T30! Oh! Da kommen wir nie im Leben hin. Nein, der cappt uns. Es ist wieder total spannend heute in World of Tanks, wie ihr seht. Boogie, kannst du zurückfahren, die cappen machen? Da ist es ja auch, es wäre schnell genug. Ja. Der Kelle ist schneller, wenn er am Weg drin ist. Sieh mal, da vorne. Wir werden echt durch die cappen. Nein, Leute, das ist nicht wahr. Das muss der Udis machen. Udis! Welcher Udis? Ich komme dann immerhin, tut mir leid. Eine Minute reicht mir nicht. Das ist nicht wahr. Das passiert so oft auf dieser Karte. Ja, das passiert tatsächlich ziemlich oft. Aber wir können zu dritt noch schneller cappen. Einzige Chance. So, schnell reinfahren, Captain. Doch, es geht. Prost. Wir schaffen es in 30 Sekunden. Nee, prost. Noch einer! Mann, Objekt! Ich seh den nicht. Boah, was für ein Idiot! Warum denn entschieden könnte es werden, ja. Ja, jetzt wird es nichts mehr, weil er ist ja rausgefahren. Was für ein... Mh. Mit der Lade-Taeta C-30. Ja, und du kriegst uns recht. So an die Fresse. Äh, lalalalalala. Lalalalalalala. Lalalalalalalalala. Lom, 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 lom. Lom. Oh, yeah! Das haben wir ja... Leute, das haben wir dem 430U zu verdanken. Mit der mit reingefahren werden wir gewonnen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Geht was? Das ist halt, wenn man, äh... Der Match geil ist, ne? Ja, gut. Gucken wir mal die Wertung. Es tut mir leid, Leute. Ich bin aus Versehen jetzt aufs 430U geraten. Der heißt Filder 6. Okay. Sorry, ich wollte jetzt niemanden an Pranger stellen. Okay. Gut. Lalalalalalalalala. Boos nicht singen, ganz klein, mal Copyright Strike. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Wir waren die besseren Spieler. Sollen wir unseren Zuschauern noch ein Spiel antun? Die hatten einen Panzerkampfwagen 7, also das ist ja schon mal... Hm. Es ist schon ein bisschen deprimierend. Ich finde, so sollte es nicht aufhören. Er will es noch eine Runde machen. Ach, komm, wir machen noch eine. Gottes Willen, bei mir leckt alles. Zieh mal eine Hose an. Okay, wenn ich eine Artie nehme, na, okay. Komm, ich habe das noch mal nachziehen. Komm, eine Windel drüber. Kannst du eine Artie nehmen. Leckt uns. Nimm eine Artie. Ja, mit der Artie. Das ist spielbar, wenn ich jetzt momentan noch... Ja. Schauen wir mal. Vielleicht läuft es ja wieder flüssig. 200er Bing. Jakob. Ja. Ja, gehst du über Kabel oder Satelliten rein? Oder... Kabel. Und trotzdem so eine schlechte Verbindung. Ja, wahrscheinlich sollst du meine Schwiegermutter trotz irgendwelcher... Du weißt schon, welche Videos... Ach, ihr teilt euch ein Kabel. Also, liebe Schwiegermutter, falls ihr das wieder seht, hat es nicht so gemeint. Ihr habt es so gemeint. Was? Moment. Ihr Begun-Market. Boah. Ach, rechts. Fahr mal rechts, ja. Ich hab keine Bock auf die Artie. Wir haben doch keine Artie. Eine. Ach, ihr seid ja Pussis. Ne, fahr mal rechts. Geld hat mir gerne links fahren. Hat er gesagt. Ne, jetzt lass uns in die Stadt. Was macht ein guter Heavy? Er geht eckenbumsen. Geil. Es ruckelt in der Kiste. Vor allem, wenn es ruckelt, bist du in der Stadt eh besser aufgehoben. Ja, voll. Vor allem, wenn sie auf mich alle drauf fahren. Ich picke mal da vorne. Helge, du weißt, ich finde dich gut. Hey. Komm, wir fahren weiter. Wir fahren da vorne an dieses Loch an, wo wir an diese Fenster links hinter dem Haus. Können wir gucken, ob wir ein paar Sideshots reinkriegen. Koppchen G ist offen. Ne, ich bin auch offen. Ja, das ist aber nichts Neues. Du weißt es. Komm, wir haben ein paar Sideshots in die... Ah, ob es ihm gefallen hat. Ich denke, es ist ihm sehr gefallen, ja. In die Delikten. Ich weiß nicht, wie es ihm wäre. Ich habe Volt für ein Skorpchen G benutzt, aber sonst ist alles cool. Warum lädst du doch? Lädst doch. Oh, Ati hat's. Ja, aber hat sie gefallen. Weißt du nicht, wie sie da herschießen hat, aber... Alles ist möglich, Leute. Ich bin nichts mehr auf, hier, Bogie. Hier hat eine falsche Einstellung. Hier kommt gleich ein Spot. Welche Einstellung soll ich denn noch haben? Das ist ein Jagd, ey. Genieß es. Oh, und das nehmen wir drei auch noch schon. Die Snapshots sind echt geil mit der Kiste. Du kannst aus voller Fahrt einfach reinhauen. Ja. Das macht ihn so besonders. Und auch aus halber Fahrt, ne? Ne, Jungs, das ist wirklich... Das macht ihn so besonders. Das halber Fahrt. Ja. Ja. Mhm. Ja, und, Bogie, was ist da vorne so los? Das magst du nicht mehr rausfahren, jetzt. Der schießt ihn auf dich. Ne, E50, aber der ist schon wieder hinterm Höchb, bevor er schießen kann, weil mein Internet so geil ist, doch. Ich will jetzt mal... 430U. Da ist ein M103. Ach, Mist. Jetzt flucht nicht so laut. Ja. Ich will wieder schuld, weil die Aufnahme weg müssen muss. Ja, ich weiß. Ja, ist der PWS-Lift von uns. Ja, 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 ja. Also, wir sind schon noch anständig, kann man sagen. Alter, die sind... Ihr könntet mal hier reinfahren, Boys. Ja, genau. Könntet doch einfach lassen, weil es nur 0 steht. Ihr könntet doch einkaufen gehen. Oh, sie drücken in der Mitte. Seht ihr das? Nein. Oh, ich verstehe, Ben. Was? Zurückstehung. Aha, ich hab's... Ich hab's passiert. Was hat Ben denn gesagt, hm? Dass wir keine Team-Player sind? Dass wir nicht draufschauen. Ich bin gepounced! Zeitlich! Ich weiß nicht, ich hab überhaupt nichts zu tun hier. Ich würde gerne mitmachen, aber ihr seid wieder bei, ja? Leute, ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt's gesehen! Deinem Leopard seitlich mit Gold! Wo bin ich? Du bist halt in den Briten, also. Holy shit! Wir müssen die Jagd eh überleben lassen, gell? Wieso schießt du überhaupt Gold und Noob? Ja. Ah! Komm, wir finden die T-44 hinterher, der ist lebensmühe. Was ist hier echt? Bist du scheu? Wonderland! Oh, wo das ist? Walking in the winter, Wonderland! Walking on sunshine! In the sunshine, Winterwonderland! Xafi, good! Wannabe! Touch my tralala! My ding ding dong! Oh, 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 oh! Da kommt was Dickees! Wir drücken jetzt in der Mitte! Wir drücken wie auf dem Glob! Ja, gut, aber gut, den Helmuriden solltest du ja ein bisschen zurückhalten. Bös erwischt! Ich kann dieses Bös erwischt nicht mehr hören! Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bös erwischt! So, Leopard ist raus, mit Gold. Wolle zu schön sein. Volleyband hat Vierer aus dem Gotteswilder-Nob. Ja. So, und oh! Ich hab tausend vom Jagd-E gekriegt. Ich denke, doch, vergeil. Also so. Ja. Hier doch. Also Jagd-E lädt nach, und... Waaaaaah! Ich bin dort. Ich war von E-570 rausgenommen. Ich glaub, mit einer Stockkanone und... ähm... ohne Tau. Da oben ist halt eine Ote, ist noch jemand, ne? Geh weg! Ich mache das großartig. Ich verabschiede mich einfach kurz. Ich bin in einem halben Stunde wieder da. Ich bleib. User disconnected from your channel. Ja? Ja, du Scheiß! Äh, blödes Russengefährt, du! Fass. Pärging, fall durch ihre Panzer rum! Seht ihr das? Diese Schüsse? Wahnsinn, oder? Diese Präzision in dieser Kanone. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Warum schickt du mich in die Hälfte? Ich liebe dieses Ding. Ich liebe dich auch. Okay. Objekt? Den Objekt mit ganz viel Panzerung aus. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Mh. Okay, das hat das Objekt richtig schlau gemacht da hinten. Wir sind voll ins Crossfeuer. Und das Problem ist, ich kann es mit Standard nicht penetrieren. Zwar mal hier Hilfe. Da, ich bin schon zurück. So schnell kann es gehen. Ich habe gedacht, eine halbe Stunde bist du. Ja, ich habe gedacht. Wo ist denn deine Flamme, der Brust? Ich bin ja zu Hause. Bei sich. Okay. Ich wurde nicht ganz so entdeckt wie bei Daiter Gear jetzt, aber, na ja, immerhin. So 80 Kilometer. Den Kanal schon gezeigt. Ja, Kirill, machst du bitte kurz nochmal ein Sieg draus. Ja, da steht ein Objekt hinten drin, die Zuschauer wissen es. Da kann ich nicht einfach vorfahren. Die Zoo fährt vor, die wird jetzt rausgenommen, Freunde. Seht ihr mal? 3, 2, 1 und tschüss. Da war sie tot. Da war sie weg. Und Kirill nutzt das wieder mal nicht aus. Doch, doch, ich hole den jetzt raus. Ich hole zuerst den 44er raus. Okay. Das war ein bisschen Support von der Artie. Haben wir noch Artie? Ja. Ja, ja, aber ich glaube, die kann da nicht hin treffen. Wisst ihr was, Freunde? Ihn empfange ich mir jetzt den Schuss und dann versuche ich ihn zu ketten. Ja, beide in der Pole, hab ich ja. Schnell repariert, das ist ein Profi. Das ist ein Profi. Die Artie schießt erst mal, hier kettet nur, fängt sich jetzt nur eine. Oh, professionell, fährt ein anderer unten rum. Flankieren, Mann, über die Beläubung. Oh Gott. Im Ernst jetzt? Ja, das ist so viel. Scheiße. Sag mal nicht. Das ging wohl gründlich in die Hosen. Ja. jetzt will er mich locken. Warte mal. Ach komm, du hast so einen guten Tor und vertraut der Panzer. Ja, warte, ich hab noch tausend. Warum fragt mir das keiner? Du hast noch tausend? Ja, nicht so hochfahren wie eben war schon besser. Na gut. Holy shit. Was eine geile Runde, Freunde. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal für dieses Gameplay. Däumchen wäre ein Träumchen. Obwohl die letzte Leistung war ja nicht so doll. Aber gut. Das Video mit euren Freunden. Drum sind wir ja kein Mailand. Aber ihr habt gesehen, ich weiß nicht, die Boys, die waren auf dem Klo, aber ihr habt sie auch nicht gesehen. Aber ihr habt gesehen, diese Schüsse, gerade die letzten zwei Minuten, da saß jeder verfluchte, blöde Schuss. Auf den kleinsten Coppola habe ich getroffen. Habt ihr das gesehen? Und das ist der Grund, warum er diesen Panzer braucht. Das ist der englische Conker. Und überlegt euch, I grind it in. So, genug dünn, dünn Pfiff gelabert. Ich bin noch unterhalb drinnen. Ich habe jeden Coppola getroffen an der Ecke. Ich habe zwei Heavis rausgenommen. Aber richtig, 10er, das waren ja richtig Heavis. Ja, aber warum hast du so 2000 fahren? Richtig. Okay. Also Freunde, schaltet wieder ein, wenn ihr Bock auf das etwas andere Gameplay habt. Das ist etwas besser. Ja, ihr wisst ja, was ich meine mit das andere Gameplay. Und ciao Bruce, ciao Pascal, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ciao, immer gerne. Okay, das war wieder eine neue Folge von den drei von World of Tanks. Tschüssi. Ciao.